einen wunderschönen guten tag zu einer neuen folge unserer musik macht mutgespräche auch heute wieder ein interessanter gast es wird heute um das thema live streams gehen und dann übergebe ich tatsächlich schon mal an dich wer bist du denn und was machst du genau wunderschön guten tag ich bin der marco von 100 kilohertz wir sind eine ska band wenn man so will aus leipzig und hat tatsächlich am samstag am freitag unseren ersten live stream und als live streamerfahrung und darüber können wir gerne ein bisschen reden okay wunderbar das ist auch eine sache die in leipzig stattgefunden hat und ihr habt euch daher auch intensiv darauf vorbereitet und auch im vorfeld natürlich eure gedanken zu live streams gehabt wie ist denn so generell eure meinung zu live streams genau generell waren wir da im vorfeld sehr skeptisch weil so ein live stream ja doch momentan sehr inflationär gehandhabt wird und es sehr sehr wenige ansätze gibt die irgendwie ein bisschen aus der masse hervorstechen für uns war jetzt der hauptpunkt ist zu machen der dass wir generell an diesem freitag ein konzert geplant hatten im high field lahn in leipzig als anlass war da der erste single release von unserem neuen album die erste single vom neuen album die wir da vorstellen wollten und aufgrund dieser ganzen corona geschichte war es eben so dass wir eine alternative brauchten und da hat sich der high field lahn und da dahinter im fkp bereit erklärt das mit uns zu machen und dann haben wir versucht jetzt das beste daraus zu machen haben halt versucht was exklusives zu bieten indem wir eine akustik show gemacht haben haben uns selbst haben uns selbst um den ton gekümmert um die ton technik et cetera und fkp und der high field lahn haben sich eben um die bild technik gekümmert so war im prinzip die aufgabenverteilung und dann ging es eben auch schon los und wie lief dann die vorbereitung viel viel per e mail et cetera und auch ein paar telefonaten im vorfeld die hat auch clemens bei uns aus der band gemacht der hat sowohl die die macht das booking bei uns mehr oder weniger und hat dadurch auch die verbindung zu fkp gehabt dann rief es relativ easy der high field lahn selber die damen und herren von dem laden die da quasi angestellt sind hatten von anfang an richtig bock darauf das zu machen und dann ging es eigentlich relativ zügig also werden für uns war klar für uns wir wussten schon wie wir es mit dem ton machen da haben wir unseren festen mann der dafür uns immer das macht der max und die bild technik wurde da anscheinend vom high field laden dann auch über einen separaten anbieter mit ins boot geholt haben uns dann sehr zeitlich an dem feitag getroffen damit wir genug zeitfenster haben um das alles vorzubereiten vom ton vom soundcheck her und hatten daneben die vorgabe über instagram zu machen und das war ein bisschen tricky aber im endeffekt hat es dann alles pünktlich zum startschuss 2015 funktioniert okay wenn du sagst high field und fkp das ist natürlich dann schon die obere liga auch der veranstaltungstechnik wie war das denn dann für euch was waren für euch die technischen herausforderungen in erster linie haben wir uns versucht kaum um die technik zu kümmern sondern wir hatten damit zu kämpfen das akustik set auf die reihe zu stellen wir sind eine band die sonst immer vollgas gibt und auch auf bühnen entsprechend natürlich sich entsprechend bewegt und performt und jetzt alles zu reduzieren in der zeit oder in der vorbereitungszeit wo man sich eigentlich nicht treffen durfte war schon eine herausforderung genug also wir haben auch nur zwei dreimal geprobt vorher das war unsere herausforderung um einen anderen krimskrams wollten wir uns eigentlich nicht kümmern dafür hat man dann die partner im boot und auf die ist eigentlich verlassen das ist kann ich auch nur jedem empfehlen sucht euch vernünftige partner die das schon ein zweimal gemacht haben macht einfach in summe dann ein wenig entspannter und dann habt ihr am wochenende dann eben dieses konzert durchgezogen und habt jetzt ein bisschen zeit mal zu rekapitulieren ein bisschen so noch mal das alles ein bisschen zu verarbeiten die eindrücke zu verarbeiten und dann habt ihr natürlich letztendlich dann auch so euren eindruck wie war denn jetzt oder wie ist denn jetzt euer fazit im nachhinein habt ihr das gefühl das war für euch erfolgreich in summe auf jeden fall erst mal sehr erfolgreich ja das würde ich schon so sagen also wenn wir so das ist jetzt das handicap bei instagram wir können wir haben selbst das konzert nie gesehen auf überhaupt keine chance haben selbst den ton nicht gehört bewusst nicht was haben wir da eigentlich für für ein mist abgeliefert einer führungsstrichen wie war das aber wir haben halt gemerkt dass die zuschauer schon von anfang bis ende da waren es waren so wie ich es mitbekommen habe im schnitt zwischen 200 und 450 leute immer in diesem set oder in diesem diesem live stream und das feedback war durchweg positiv also auch danach was man dann auch so an e mails bekommt an whatsapp nachrichten von von leuten und bekannten war schon sehr sehr positiv also insofern kann ich da jetzt nichts negatives sagen es war halt auch was sehr sehr spezielles also die leute kannten von uns nicht hat noch das erste mal ein piano mit dabei was auch mega gut angekommen ist war schon ein schönes rundum gelungenes konzert wie ich finde das hört sich doch sehr gut an vor allem weil ihr natürlich dann jetzt auch lernt ihr habt jetzt mal ein akustik set gespielt ihr habt jetzt mal ein digital keyboard eingebaut neue sachen ausprobiert die vielleicht auch irgendwie zumindest gedanklich auch anregungen dann bestimmt sein werden für die zukunft wenn es dann mal wieder so richtig losgeht auf der anderen seite auch irgendwie so ein old school event obwohl es mit den modernsten mitteln gemacht wurde weil letztendlich keine möglichkeit das ganze noch mal zu rekapitulieren das ganze ist nur in der erinnerung sowie ganz ganz früher ja von dem her ist das ja schon eine ganz ganz interessante konstellation auch na und toll dass sie diese herausforderung angenommen habt und dann auch so mit bravur dann auch gemeistert habt und ich denke das sind gute anregungen und gute gedanken für die zukunft wenn es dann auch mal wieder so richtig hoffentlich irgendwann mal live wieder so richtig los geht so ist es darauf ja auch live ist halt das wo es dann die energie und die power gibt im live stream bisschen gediegen insofern alles gut war vielleicht ganz gutes konzept so das so zu händeln mal gucken als nächstes noch das auto kino auto kino konzert und dann mal schauen was da passiert da sind wir dann auch gespannt auch eine ganz interessante geschichte wo es auch sehr geteilte meinungen darüber gibt ja aber es ist es ist ja gut wenn kontrovers diskutiert wird über themen sehr wichtig ich bin gespannt ob es überhaupt für uns eine relevanz hat ich habe keine ahnung aber das ist die frage ist ja auch wie lange wird das jetzt alles dauern also irgendwie müssen wir uns ja auch alle beschäftigen ja wenn wir nicht auf irgendwelchen bühnen stehen können brauchen wir alternativen natürlich und hoffen wir dass es sukzessive wieder in stück für stück in einen bereich der normalität geht so das ist uns allen zu wünschen und auf der anderen seite wünsche ich dir und deinen band kollegen und deiner family und allen natürlich auch gute gesundheit und dass wir uns dann bald wieder in aller frische in einer hoffentlich halbwegs normalen situation widersprechen können würde mich sehr freuen vielen vielen dank das ist klar vielen dank mario alles gute dank mario alles gut